Ich würde persönlich sagen, dass ich im Büro mehr lerne als in der Büroschule, da in der Büroschule man eher nur die Theorie lernt und hier im Büro wirklich die Praxis. Des Weiteren haben natürlich auch die Makler mehr Erfahrung in spezielleren Themengebieten zum Beispiel und so musste ich feststellen, dass ich eher im Büro mehr lerne.